hey meine lieben freunde hier ist euer m3d bei der gewinnspielauflösung von fallout 4 es hat zwar gefühlte 20 jahre gedauert aber jetzt ist es endlich da und es gab unglaubliche 39 teilnehmer und jedem einzelnen von euch wünsche ich sehr viel glück meine lieben freunde an dieser stelle möchte ich mich natürlich auch entschuldigen meine lieben freunde weil es hat extrem lange gedauert bis dieses video überhaupt noch rauskam das liegt schlicht und ergreifend daran dass ich am anfang halt viel stress hatte und es immer wieder hinausgezögert habe bis ich dann sogar komplett vergessen habe vor lauter stress und das tut mir natürlich herzlich leid meine freunde aber machen wir uns nichts draus jetzt geht's ja endlich los ihr genießt jetzt erstmal die namen der teilnehmer und wir hören uns dann gleich wieder mit einer tollen story da ich ja gemeinsam mit siegfried und reu auf der bühne stehen meine freunde möchte ich euch noch ein paar zaubertricks zeigen ich werde jetzt gleich in die finger schnipsen und dann sind alle zusammengefaltet ihr seid bestimmt schon erstaunt meine freunde aber das war noch nicht alles wenn ich jetzt in die finger schnipsen sind sie alle in einer schale drinne wartet doch mit dem applaus meine freunde wenn ich jetzt nochmal die finger schnipsen ist sogar das feuer an das sind effekte wie sie eigentlich nur hollywood liefern kann genug mit der zauberei lasst uns mit dem illegalen glücksspiel beginnen meine schlecht bezahlte assistentin wird gleich einen arm raus ziehen ich bin sehr gespannt und wen haben wir da ist es jellybelly herzlichen glückwunsch ich hoffe du wirst dich sehr darüber freuen um dieses geschenk zu bekommen musst du mich nur noch bei steam adden unter master.3d.web.de alles klar meine lieben freunde dann wünsche ich euch weiterhin viel spaß auf meinem kanal und bis zum nächsten gewinnspiel euer m3d tschüss tschüss